Alle haben sie das eine Ziel. Alle, die das erste Adventswochenende in der Hauptstadt mit Stoßen und Reißen verbringen. Alle wollen einmal so erfolgreich werden wie ihre großen Vorbilder Matthias Steiner und Monique Ludwigs. Annika Pilz vom TB03-Roding ist es, die nicht nur in dieser Woche in Berlin die Gewichte zur hohe Strecke bringt. Sie hat sich nämlich für die Jugend-Europameisterschaften am kommenden Wochenende in Israel qualifiziert. Und natürlich gibt es auch schon entsprechende Ziele. Ich bin einfach froh, dass ich dabei bin. Platz unter 10 wäre schon ganz schön. Gewicht heben ist ein schwerer Sport und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Sport, den man nicht unterschätzen darf. Gewicht und Muskeln treffen hier aufeinander. Konzentration, Disziplin und Kraft schließen den Kreis. Das beweist auch Linda Nühen vom Berliner TSC in der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm. Es wird merklich still, wenn sie an den Start geht, wenn die Hebebühne zu ihrer Bühne wird. Der erste Teil des Wahlkampfes ist das Reißen, ihre Disziplin. Hier haut sie alles raus und hat trotzdem nach der Pause noch mal ganz viel Power für das Stoßen. Ein Top-Resultat für die junge Berlinerin. Gewicht heben ist wirklich die beste Sportart, weil hier einfach das Zusammenhalten wirklich sehr stark ist. Egal aus welchem Verein man ist oder aus welcher Stadt. Wir halten alle wirklich zusammen wie eine große Familie. Je schwerer das Gewicht, desto größer die Freude. Karl-Hein, der energiegeladene Berliner, macht mächtig Druck auf sich selbst, auf die Konkurrenz. Er steigert die Gewichte und es gelingt. Für ihn gehört Heben zum Leben. Die intensiven Trainingseinheiten nach seiner Verletzung haben sich gelohnt. Im ersten Wettbewerb war ich lange verletzt. Und jetzt will ich einfach konstant Wettkämpfe hintereinander wegheben, angreifen und mal gucken, vielleicht irgendwann mal was gewinnen. Natürlich ist es noch ein weiter Weg, um international ganz oben dabei zu sein. Und natürlich wird nicht jeder, der das erste Adventswochenende in der Hauptstadt mit Reißen und Stoßen verbracht hat, am Ende so erfolgreich wie die großen Vorbilder Monique Ludwigs und Matthias Steiner. Aber wenn sie weiter dranbleiben, dann wird es ja vielleicht was für den einen oder die anderen. Träumen ist schließlich erlaubt und Träumer sind am Ende immer Gewinner.